Musik 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 Ja, genau. Alles gut. Danke schön. Ja, da musst du nicht gleich ein bisschen verstehen. Nein, warte mit den ganzen Stoß. Das ist so. Ja, das ist so. Sonst hast du gesagt, du musst misst tun, du musst tun, du musst 100 Jahre. Ja. Du musst nicht weiter ändern. Ja, wir brauchen ja einen. Ja, wir haben eine schöne Gesamste. Ich hab' vorbeugend. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Schön. Danke schön. Ganz am Ende. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Ah ja, hallo. Na, hallo. Komm jetzt hin als standvertretender Vorsitzender. Ah ja, hab' ich dir die herzlichen Glückwunschung. Das kann uns das gesamte Reisen überbringen. Soll' ich morgen hier ein bisschen. Oh, 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 oh. Das ist schön. Ja. 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 Ja, ja. Ich hab' das Liebe für dich. Mit viel Freude an deinem Festtag, wünschen wir dir feierlich. Mach so weiter, lieber Erich, denke immer daran. Unser Wunsch ist, bleib gesund und heiter, ja dann lebst du noch lang. Wir warten eigentlich noch auf den Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes, auf den Adolf Steinmann, der sich angemeldet hat. Aber wahrscheinlich ist die A3 mal wieder relativ leer und das Vorwärtskommen fällt schwierig. Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu einem besonderen Anlass hier bei uns, nämlich zur Geburtstagsfeier unseres Wenger-Chuts Erich Becker. Ich darf Sie alle im Namen der Stadt Erlenbach ganz herzlich begrüßen, im Namen von Stadtrat, von Stadtverwaltung. Und ich begrüße insbesondere natürlich die Familie, Freunde und Bekannte. Und solange der Präsident nicht da ist, darf ich stellvertretend für Sie alle natürlich auch noch begrüßen, unsere Weinhoheiten. Und dann die Elena Rocke aus Elzefeld oder Rück, was sagt man jetzt beides? Und die Alexandra Uehlein aus Klingenberg, sie ist quasi die Hausherrin hier, weil so schwer es uns fällt, es immer wieder zuzugeben, wir befinden uns hier auf Klingenberger Grund und Boden, trotzdem sind und bleiben es die Erlenbacher Weinberge. Ich darf auch begrüßen, ehemalige Hoheiten, und zwar die Verena Weigand, habe ich gesehen. Da ist sie, die Verena, die ganz erfolgreich inzwischen im Weinbau auch selbst unterwegs ist. Und die erste Erlenbacher Weinprinzessin und fränkische Weinprinzessin, Prinzessin Dietraudel Wehkamp. Herzlich willkommen. Einen Applaus haben Sie bitte. Ja, vielen Applaus. Ja, ich darf dir, lieber Erich, im Namen der Stadt, ich denke auch im Namen aller Anwesenden, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Und da musst du jetzt durch, weil wenn die Stadt Erlenbach zum, anlässlich eines Geburtstages einlädt, dann muss das schon eine besondere Person sein, die da Geburtstag hat. Und wenn sie dann auch noch nicht einlädt ins Rathaus oder in die Frankenhalle, sondern hier raus, an die Dreh, mitten in die Weinberge der Stadt Erlenbach, dann muss es nicht nur eine besondere, sondern dann muss es eine ganz besondere Person sein. Und das bist du, das bist du als Persönlichkeit, das bist du natürlich auch vor allem für uns als Stadt Erlenbach, natürlich in deiner Rolle als der Erlenbacher Wenger-Schutz. Und Sie erlauben mir, dass ich da ein bisschen was dazu erzähle, weil das war ja nicht selbstverständlich, dass der Erich hier heute irgendwann einmal zum 75. Geburtstag als Wenger-Schutz auch der Stadt Erlenbach gratuliert bekommen hat. Und das hat sich entwickelt, hat sich das Ganze ursprünglich aus der Idee mit den Winzern zusammen. Wir müssen hier was tun in den Weinbergen. Wir haben zwei Pfunde, wie ich immer wieder sage, die wir haben und nicht nutzen. Zwei Dinge fließen an uns vorbei, nämlich die Besucherströme auf dem fränkischen Rotweinwanderweg und der Main unten, ohne dass wir das in irgendeiner Art und Weise touristisch nutzen. Wir wissen, dass wir keine große Tourismusgemeinde sind, aber ein bisschen mehr draus machen könnte man schon. Mit dem Main, denke ich, müssen wir uns noch intensiver auseinandersetzen. Mit dem Hoberg, mit dem Weinberg haben wir uns intensiv auseinandergesetzt. Und es sind viele, viele Dinge dann gemacht worden. Angefangen hat es mit der Beschilderung rechts und links am Rotweinwanderweg in Erlenbach, am Schwindbad und in Klingenberg mit den großen Hinweistafeln. Und dann kamen Kunstprojekte dazu, 2003 war es gewesen, beispielsweise Pavillon, unten die Vermalung der Decke. Die anderen Kunstwerke, der fränkische, der kurfränkische Klettersteig, der Kräutergarten, hier, ne, da vorne. Dann irgendwann die Rastplattform, die Dreh über die Flurbereinigung, auch der Premium-Weinberg, den die Stadt an die Verena weitergegeben hat zur Bewirtschaftung und, und, und. Es ist also vieles gemacht worden. Und relativ am Anfang dieser Überlegung stand auch die Überlegung, Mensch, überall in ganz Franken sind die Weinprinzessinnen unterwegs, aber bei uns nicht. Jetzt haben die Winzer immer gesagt, gute Idee, würden wir auch gern wieder machen, aber wir haben niemanden, der es tut. War lange vor der Zeit von der Verena. Und, ja, dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, dann müssen wir alle, wenn wir keine Weinprinzessin haben, irgendeine andere Figur schaffen, die den Einbacher Weinbau repräsentiert. Es ist überlegt worden, ob das der Bachus wäre oder sein könnte. Da hätte man vielleicht auch eine Figur gehabt, die das ausfüllen hätte können, aber ob wir die gewollt hätten, das ist die andere Frage. Ich weiß nicht, mit einem Zahn im Mund. Und aus dem Gespräch, als ich meine, es war die Idee vom Reinhold Hillerich gewesen, der langsam hat, früher gab es den Hänger-Schütz, der zur Zeit der Reife der Trauben dann kurz vor der Lesung durchgegangen ist, mit Kapit-Pistole geschossen hat, um die Vögel zu verjagen. Das wäre doch eine Idee. Und sofort ist das auf fruchtbaren Boden gefallen und wurde ausgearbeitet. Und die Conny Grossmann haben wir dann hinzugezogen, die über ihren beruflichen Werdegang versucht hat, die Kleidung zu kreieren. Und eins kam zum anderen und auf einmal stand die Figur. So soll sie aussehen, also auf dem Papier. Und jetzt wissen wir alle miteinander, dass wir hier von der Stadt, von den Winzern, wer auch immer der Verantwortung hat, tun und lassen, machen und machen kann, was er will. Gute Ideen haben kann man immer wieder, aber letztendlich braucht man Menschen, die die umsetzen. Und wenn man so eine Figur, die das Ganze umsetzen, wenn man so eine Figur auf dem Papier hat, stellt sich die Frage, wer könnte denn diese Figur ausfüllen? Und dann kam der erste Vorschlag, das kann eigentlich nur der Erich Becker machen. Punkt. Und weil das nur der Erich Becker machen kann, hat das der Erich Becker dann auch gemacht. Und dankenswerterweise hat er sich sofort und spontan bereit erklärt, um diese Rolle zu schlüpfen. Und das war in den Jahren 2005. Und seitdem ist er seit zwölf Jahren unterwegs, über zwölf Jahre schon. Und ist die Repräsentation für den Weinbach, dass wir dann in der Folge, ich sag wirklich, das Vergnügen haben konnten, dass mit der Verena, die auch eine neue Ära von Weinprinzessin in Allenbach losging, ich glaube, das kam erschwerend beglückend hinzu. Ich würde mich gerne nicht sagen. Allerdings muss man auch sagen, der Winger-Jitz ist geblieben. Die Prinzessin haben gewechselt. Du hast ein ganz schöner Verschleiß. Ja. Und wenn wir dann die Figur haben, die das ausfüllt mit dem Erich Becker, dann müssen wir natürlich auch am 75. Geburtstag zur Person Erich Becker kommen. Lieber Erich, ich glaube, wir sind allmeinander stolz, dass du derjenige bist, der mit den Prinzessinnen zusammen den Weinbau der Stadt Allenbach repräsentierst. Weil du diese Figur so ausfüllst, wie sie eigentlich ausgefüllt werden muss. Und weil du ihr genau das gibst, was sie braucht, nämlich Leben, Menschlichkeit, Überzeugungskraft, Identität und alles, was dazu gibt. Und das gibst du dieser Figur nicht, weil du jetzt gesagt hast, jetzt bin ich der Winger-Jitz. Und jetzt mache ich halt auch mal einer auf Winger-Jitz. Der muss so und so sein, also bin ich schon mal so. Nein, du bist so. Du bist so, wie du bist, so wie du jetzt bist. Jetzt ist dir gerade wieder ein Lächeln verknallt. Nein, es ist vielleicht ein bisschen für dich selbst peinlich sein. Du bist tatsächlich so, dass du nicht nur diese Figur verkörperst, sondern diese Figur von innen heraus bist. Und du bist so weiter als Mensch, so bist du, wie du bist. Und du bist ganz einfach ein mehr als anderer Mensch. Eine frohe Natur, die durchaus auch ernst sein kann. Wobei du das Ernste dann auch immer wieder sofort im Humor und eben den Spruch umwandeln kannst. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Gabe, dass man die Ernsthaftigkeit des Lebens erkennt, aber trotzdem dann auch sagt, egal was ist, es geht weiter. Und alles, wenn ich nichts dazu beitrage, dass es positiv weitergeht, dann geht es halt negativ weiter und dann will das. Danke. Danke für alles, was du für uns getan hast. Verbunden mit zwei Bitten. Erstens, bleib so, wie du bist. Genieß dein Leben auf viele, viele Jahre noch. Und bleib vor allem noch viele, viele Jahre unser Wehrschutz. Und zweitens, wenn du nachher runtergehst, bitte. Am Stunmband. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wäre jetzt schon ein bisschen komisch, wenn wir jetzt einen Blumenstrauß oder so was machen. Dass da Wein drin sein muss, ist abglaubt. Wenn jetzt jemand die Idee haben sollte, also leid 75 Jahre, zwölf Jahre Wengerschutz, Mitte im Weinbau, fertig, im Weinberg sind wir, zwei Fläschchen Wein kriegst du jetzt. Dann war ich gerade mal wieder rum. Dem ist fast so. Also die zwei Fläschchen Wein sind offensichtlich. Aber hier dran hängen natürlich noch ein paar Kuvertchen. und das sind Kuverts mit einem kleinen, ich will nicht sagen Gutschein, sondern Barbeitrag für den Besuch der jeweiligen Heckerwirtschaft, die da kaufen. Alle arbeiten los, feiern wir zusammen deinen 80. Geburtstag da aus. Und dann gibt es da. So viel, da helfen wir dir. Und jetzt darf ich auch noch den Ador Steinmann begrüßen, den Präsidenten des fränkischen Weinbauverbandes. Herr Steinmann, herzlich willkommen bei uns. Sie dürfen gleich nach vorne, Sie dürfen auch gleich, wenn Sie wollen, abgesehen. Ich bin froh nicht. Erich, wir müssen da helfen trinken. Es kommt immer raus. Also ich finde, es ist eine, auch eine besondere Ehre, nicht nur für den Wecker-Jub, sondern auch für die Stadt Almbach, dass der Präsident selber zu einem 75. Geburtstag kommt. Und ich glaube es, ich glaube es, wir haben uns ja schon öfters drüber unterhalten, ich glaube es ist schon ein bisschen Anerkennung gewesen, was wir versuchen hier in Almbach aus dem Humberg und aus dem Weinbau zu machen, als kleinste Weinbaugemeinde außer Röllbach. Hier in Kurfranken. Und wir wissen, dass Sie das anerkennen und dass Sie auch insbesondere natürlich nicht nur die Figur des Rängerschützes, die hier so einmalig ist im fränkischen Weinbau, dass Sie die damit wertschätzen, sondern insbesondere auch den Menschen, die diese Figur verhindern. Danke fürs Kommen. Gerne. Sie dürfen gleich, ja. Soll ich es übernehmen? Ja, ich nehme. Nicht, dass wir uns wieder mitnehmen, Erich. Ja, lieber Herr Becker, lieber Wengertschütz, lieber Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, als ich jetzt gerade hierher gelaufen bin und den Korb so mit mir getragen habe, es hatte auch ein bisschen Gewicht. Und dann die Treppen hochgegangen bin und dann spürt man noch einmal mehr den Respekt, den ich ohnehin vor den Winzern habe und vor der Arbeit, die sie hier leisten. Man spürt es doch mal hautnah, wenn man dann auch ein bisschen Achselschweiß bekommt, wenn man durchgeschwitzt ist, der Atem ausgeht. Aber wie schön es dann ist, wenn man oben ist im Weinberg und wenn man das sieht, wenn man so ein Produkt in den Händen hält, wie schön es dann ist, so eine Landschaft überhaupt zu haben und zu pflegen. Und ich muss schon sagen, es war nicht ganz leicht, den Korb zu tragen. Es ist immer schwerer geworden, die Arten nicht immer länger. Es wurde immer abgeworfen. Aber was soll das schon dagegen, wenn man sieht, wie die Winzer, wenn sie hier arbeiten, wenn sie die Düngermittel raufschleppen müssen, wenn sie im Herbst die Trauben wieder runterschleppen müssen, wie viel handwerkliche Arbeit, wie viel körperlichen Einsatz sie sich hier betätigen. Und lieber Herr Beck, das ist genau das, was sie hier verkörpern, als Symbolfigur, als der Wenger-Schütz, der über die Weinberge hier wacht, vielleicht auch ein helles, ein wachsames Auge darüber hat, dass die Kulturlandschaft und die Natur hier erhalten bleibt. Ich denke, auch das ist im Weinbau, wenn man jetzt schon die Presse wieder liest, auch heute gelesen hat, dass die Insekten sich zu 75 Prozent aus unserer Natur verabschiedet haben. Wenn große landwirtschaftliche, industrielle Betriebe entstehen und wenn man hier dann im Gegensatz dazu leidenschaftliche, engagierte Winzer erlebt, die diese Kulturlandschaft pflegen, einerseits und für einen Einklang von Weinanbau mit Natur sorgen, dann macht mich das als Weinbaupräsident sehr stolz, Weinbaupräsident für so eine Branche zu sein. Und das macht mich, und da möchte ich Ihnen ganz herzlich offiziell zum 75. Geburtstag gratulieren und Ihnen für Ihr Engagement betanken, dass Sie mich unglaublich viel zu im Partie verbinden. Wenn Sie auftreten als Wenger-Schütz, das ist immer unheimlich sympathisch und das wirkt sich dann letztlich auch auf den Wein aus. Ich kann Ihnen noch für die nächsten 25 Jahre dann alles, alles Gute wünschen. Ich verbinde das auch mit einem Erlebnis, das unser Bischof Friedhelm mal gehabt hat, als er einen Jubiläar zum 95. Geburtstag gratuliert hat. Dann hat er gesagt zu ihm, herzlichen Glückwunsch erst mal zu dem Jubiläum und auch zu dem gesegneten Alter. Und wenn der Herrgott will, dann werden Sie auch noch die 100 erreichen, worauf der Jubiläar antwortete, man sollte dem Herrgott keine Grenzen setzen. Herzlichen Glückwunsch noch mal, alles Gute empfehlen. Danke für das, Herr Steinmann. Das Wort Obergrenze hat ja inzwischen in Bayern eine bestimmte Bedeutung, aber ich glaube, in dem Sinn ist es wirklich so, dass man sagen kann, Obergrenze ist da unterflüssig, sonst irgendwas. Vielleicht, bevor wir noch zu einer besonderen Überraschung kommen, lieber Erich, sollten wir unserem Jubiläar ein kleines Ständchen singen. Wir haben Sänger da. Happy Birthday kann jeder den Text. Wenn nicht, wo er noch einen Schluck nimmt, kann man gehen. Wer stimmt dann? Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Erich, zum Geburtstag viel Glück. Und jetzt würde ich gerne übergeben an den Martin Kundert und den Tobias. Wir sind heute alle hier, auf Einladung deiner Heimatgemeinde, in deinem Weinberg, um dir zu gratulieren zum 75. Geburtstag. Und keine Sorge, ich bin ja nicht so schön, vor allen Dingen nicht so lange reden wie unser Bürgermeister, deswegen geht es etwas kürzerer hin bei mir. Ich darf mich den Wünschen, die schon ausgesprochen worden sind, von ganzem Herzen anschließen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles erdenklich Liebe und Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit, weiterhin dein Humor, deine Fröhlichkeit, deine herzhafte Art und auch deine direkte Art. Manchmal, wenn man im Weinberg ist, kriege ich mir das manchmal zu spüren. Und an einem solchen Tag schenkt man dir mit Jubilaren natürlich auch etwas. Und du siehst mich zwar mit leeren Händen, aber dank der Unterstützung des Bauhofes und auch einiger anderer Personen haben wir im Vorfeld etwas hier hingeschafft, was du vielleicht jetzt selber mal enthüllen solltest, dass wir dann hocken, was es halt ist. Ja, passt auch. Ja, passt auch. Hoi. 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 Ich muss noch wegsagen. Die Figur entstammt einer Idee von der Susanne Glüspies. Susanne. Das ist die Künstlerin, die hat nicht nur die Idee gehabt, sondern die hat auch in mühevoller Kleinarbeit diese Figur geschaffen. Also erstmal, Susanne, vielen Dank. Das ist unschwer zu erkennen, oder vielleicht hat es der eine oder andere schon erraten, das soll eigentlich an Wengertschütz darstellen. Also der Wengertschütz ist eine historisch verbürgte Figur. Die wurde wirklich urkundlich im Jahr 1352 das erste Mal in der österreichischen Weinbauordnung erwähnt. Und da stand drin, dass der Weinberghüter, so heißt er in Österreich, das kann man alles nachlesen, Doktor Kugel, sei Dank, der hatte die Aufgabe, den Weinberg zu schützen. Und zwar nicht nur vor zweibeinigen, sondern auch vor vierbeinigen Dieben. Also vor Vögeln, aber auch vor Rehen, vor Dachsen, vor allem, was Weinreben klauen könnte. Nach dem Motto, alles was einen Arsch hat, frisst Trauben. Und der Wengertschütz war eine ehrenwerte Person, das war jemand, der herausgehoben war in der sozialen Stellung. Und deswegen hat man dort für diese ehrenwerte Aufgabe natürlich nur rechtschaffende und ehebare Männer ausgewebt. Also Erich, du bist wie auf ein Leibgeschäft. Du wirst, dass du das machen willst. Wenn ich jetzt sage, Erich, das ist ein Geschenk von uns, dann heißt das ein Geschenk vom Weinbauverein, der Tobias wird nachher noch was sagen, auch von den Silvaner-Freunden, 09.EV. Der Markus zieht leider heute um, lässt sich entschuldigen, aber die zweite Vorsitzende, der Nick Lillerich, ist da. Und auch von meiner Frau Brigitta und von mir als Geschenk an dich, aber auch an Erleber. Es würde uns sehr freuen, wenn man das an einem öffentlichen Platz aufstellen könnte. Wo das ist, muss man dann entscheiden. Aber es wäre super, wenn das irgendwo für alle zugänglich wäre. Ich habe eine kleine Plakette gemacht, die wir sollten immer noch drauf machen. Die musste leider aufgrund verschiedener Tippführer abführen. Also auf der Plakette steht, der Erlenbacher Wenger-Schütz zum 75. Geburtstag von Erich Becker und in Würdigung seiner herausragenden Verdienste um den Weinbau in Erlenbacher Main wurde diese Symbolfigur gestiftet von Weinbauverein Erlenbacher Main. Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Main, Brigitta und Martin Gundert mit freundlicher Unterstützung der Stadt Erlenbacher Main. Silvaner-Freunde 21 Oktober 2017, damit wir immer wissen, wann wir sind. Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Main Herzlichen Glückwunsch, weiterhin Sie gesundheit und wie gesagt keine Wettbewerbs nach oben. Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Main Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Main Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Main Silvaner-Freunde 09 Erlenbacher Ignorer-Freunde 10 Ich möchte jetzt die Kunst eben nochmal nutzen. Jetzt auch nochmal offiziell zu gratulieren, im Namen vom Weinbauverein und ich hoffe natürlich, dass du uns, Vincent, nicht nur im Verein, sondern eben auch als Wenger-Schütz noch möglichst lang erhalten bleibst Ich habe auch noch ein kleines Weintressent für dich, damit du musstest mir da um den Weg runter, weil wir wissen ja, der Weg ist weit. Danke ich mich recht herzlich. Jetzt bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass ihr alle der Aufforderungen gefolgt seid, freiwillig vermutlich. Und ich habe dieses Jahr mal einen schönen Spruch gelesen, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, wo ich gehe und stehe, tun mir die Knochen weh. Doch wenn ich sitze und sauf, hören die Schmerzen auf. Und da bin ich euch ein möglichst schmerzloser Aufenthalt.